Wenn es gerade sehr wild zugeht um mich herum oder in mir drinnen, dann setze ich mich an einen ruhigen Platz in meiner Wohnung, nehme einen Stift in die Hand und schreibe mein Notizbuch voll. So lange, bis ich alles aufgeschrieben habe, was mich beschäftigt, was mich nervt, was ich mir wünsche. Schreiben gibt mir Halt, weil es meine Gedanken sortiert und mir neue Perspektiven aufzeigt. Wenn dabei eine tolle Geschichte entsteht, umso besser. Dann freue ich mich, dass ich kreativ war.